Dieser Film erzählt von der Entwicklung eines kleinen Familienbetriebs zum internationalen Handelsunternehmen. Und er erzählt von den Menschen, die uns jeden Tag erfolgreich machen. Willkommen zu einer einfachen Geschichte. Vuestra Historia. Uri Iagi. Our Story. Nascha Historia. Unsere Geschichte. Ganz einfache Verhältnisse. Unsere Geschichte beginnt 1913 in Essen. Dort verkauft die Familie Albrecht in einem kleinen Laden die wichtigsten Grundnahrungsmittel. Weil die Konkurrenz groß ist, sind die Preise möglichst klein. Trotzdem stimmt die Qualität. Mit dem Ergebnis, dass der Name Albrecht bereits 1955 an über 100 Schaufenstern steht. Ich habe 1971 im Unternehmen angefangen. Erst waren wir Albrecht, später dann Aldi. Vieles hat sich seitdem verändert, aber eins ist geblieben. Einsatz und Teamwork. Aldi lebt man. Hier. Ich könnte sofort wieder anfangen. Mit einer einfachen Idee zum Erfolg. Von Anfang an haben wir uns auf das Wesentliche konzentriert. Beste Qualität zum bestmöglichen Preis. Ein begrenztes Sortiment, verkauft direkt aus dem Karton und der Verzicht auf alles Überflüssige. Die Kostenvorteile geben wir direkt weiter, sodass unsere Kunden immer von unseren günstigen Preisen profitieren. Bei Aldi einkaufen heißt einfach ein tolles Angebot zu super Preisen. Ein einfaches Rezept. Qualität zahlt sich aus. Auch wenn es um Frische und Geschmack geht, machen wir keine Kompromisse. Was unserem kritischen Blick nicht standhält, bekommen unsere Kunden gar nicht erst zu sehen. Nehmen Sie zum Beispiel Chocœur. Vom Rohstoff bis zur Verpackung können wir bei unserer Schokolade kontrollierte Qualität garantieren. Wir müssen den Geschmack von Millionen treffen. Immer wieder. Da darf man nichts den Zufall überlassen. Ob beim Rösten der Kakaobohnen, in der Rezeptur, im Schmelz und Geschmack der Schokolade. Unsere ausgefeilten Qualitätssicherung entgeht nicht das geringste Detail. Regelmäßig lassen wir unsere Produkte von externen Labors prüfen. Mit Erfolg, denn meistens erhalten wir Bestmöglichkeiten. Ja, wir treiben einen immensen Aufwand. Aber solange man den Unterschied schmeckt, ist es uns das wert. Einfach effizienter. Was in einer Aldi Suisse Filiale passiert, erfordert das perfekte Zusammenspiel von Einkauf, Logistik und Verkauf. Und vollen Einsatz von jedem Einzelnen der weltweit über 100.000 Mitarbeiter. Das kann man besonders an der Kasse erleben. Mit modernen ergonomischen Systemen erleichtern wir den Frauen und Männern dort die Arbeit und verkürzen unseren Kunden die Wartezeit. Wir sind die schnellsten und es soll auch so bleiben. Einfach mehr wir. Egal was Sie bei uns tun, unser Arbeitsprinzip ist für jeden leicht zu verstehen und transparent. Das liegt auch an unserem Aldi Management System, in dem die Verantwortlichkeiten klar geregelt werden. Und Sie können sicher sein, Sie werden bestens eingearbeitet. Und das Teamwork stimmt. In jeder unserer weltweit mehr als 5.000 Filialen. Also wenn du dich anstrengst bei Aldi, dann wirst du auf jeden Fall wahrgenommen. Und dann kriegt man die Möglichkeit höher zu steigen, die Bereitschaft muss da sein, dann funktioniert alles. Um uns weiterzubilden, besuchen wir die Aldi Interne Akademie. Dort besuche ich regelmäßig Seminare, praxisorientierte Themen, keine trockene Theorie. Und das Beste daran, ich treffe meine Kollegen aus allen Bereichen. Was will man mehr? Bei Aldi wird jeder gleich behandelt. Das bedeutet für mich, Gleichheit anpacken wie die Männer, aber dafür gibt es auch die gleichen Aufstiegschancen und auch das gleiche Gehalt. Einfach fair. Wir wollen erfolgreich sein, aber nicht um jeden Preis. Wir wollen verantwortlich handeln, untereinander und im Umgang mit unseren Partnern, regional und international. Deshalb haben wir CR-Grundsätze entwickelt, an denen wir unser Handeln ausrichten. Für gute Arbeitsbedingungen bei unseren Lieferanten. Für mehr saubere Energie. Für weniger Verpackung. Für einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Für Gesundheit. Für mehr Lebensqualität. Hüt für Mohn. Einfach anfangen. Und jetzt sind Sie dran, unsere Geschichte weiterzuschreiben. Willkommen im Team. Für mehr! Für mehr. Für mehr. Vielen Dank.